Der Prototyp von unserem Spiel Rivalen der Jürgenburg kommt in einem noch sehr weißen Karton. Aber innendrin sieht man schon die ganze Bestandteile. Wenn man in den Karton reinguckt. Ich glaube, wir haben die Kartongröße genauso gewählt, dass es passt. Der größte Bündel hier. Können wir hier reingucken. Das sind die Ressourcenplättchen genannt. Es gibt dieses Stangenholz zum Beispiel. Die Zeltplane. Was haben wir noch? Seile. Und verschiedene Ereigniskarten sind da drunter gemischt. Da muss ich erstmal gucken, was man da findet. Das sind jede Menge. Ich glaube, über 100. Die da pro Spiel drin sind. Genau, es gibt das Kistenkärtchen. Damit kann man nachher die Materialkiste auf dem Spielplan belegen. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, ihr seht, viele, 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 viele Ressourcen. Ich muss jetzt nochmal alles hier raus holen, dass wir die dann auch noch erfinden. Ah, hier haben wir die Axt. Die Axt erlaubt es dir die Tannebäume. Tannebäume haben wir hier. Tatsächlich einen Absparer mit Förster dann auch wieder aus dem Spiel rauszunehmen. Und die Taschenlampe ist die Nachtwache, weil es gibt den Bannerklau. Und genau hier das Ereigniskärtchen für den Bannerklau. Und den Bannerklau kann man vereiteln mit der Taschenlampe. Und es gibt noch als besonderer Schmangel für unsere Großveranstaltungen, die wir früher einmal geplant haben. Es gibt noch die Orchidee. Das sind dann auf dem Spielplan die Felder, die auf keine Umstände betreten oder bebaut werden dürfen. Also nicht mal betreten dann. Genau. Also jede Menge Ressourcenblättchen. Also nächstes fällt auf unsere Lagerbaute. Wir haben hier die Tischfeuerstelle. Wir haben ein Bannermast. Da kann man oben sein eigenes Fähnchen noch. Übrigens auch bei der Tischfeuerstelle kann man oben sein eigenes Fähnchen reinstecken. Dann der Bannermast. Und unser hübscher Lagerturm, der jetzt tatsächlich etwas filigraner ist wie unser erster Prototyp, der dann doch mehr so aussah wie ein Ölforderturm oder ein Grenzturm. Während ja das ist ein Lagerturm. Auch wenn er vielleicht in manchen Augen aussieht wie ein Jägerhochsitz. Aber da ist ja oft auch kein Unterschied. Genau. Die gibt es alle mehrfach. Die sind jeweils, also vierfach sind die im Spiel dann auch enthalten. Und einmal gibt es das Ziel, das ist das Lagertor, mit dem auf dem Zählkärtchen dann der Stand auch beschrieben wird. Genau. Wir haben jede Menge Figuren. Machen wir die mal hier her. So, in verschiedene Farbe. Vielleicht mal gleich vorne weg. Es gibt die Würfel. Die Würfel zählen jeweils nur von 1 bis 3. 1, 2 und 3. Beides doppelt auf dem 6er Würfel drauf. Und diese Würfel entscheidet nachher, wie viel solcher Blättchen ihr ziehen könnt oder wie weit ihr euch auf diese Spielfelder Spielfelder bewegen dürft. Ganz viel haben wir auch noch Jürtetächer. Sechseckig. Eigentlich ein Jürtetächer zwölfeckig, aber hier im Spiel ist es einfacher, Jürtepurge zu bauen, wenn man hier von Sechsecke ausgeht. Wenn man tatsächlich mal die Jürtepurge konstruiert, dann merkt man auch, dass man im Grunde konstruiert mit Sechsecke und alles, was immer die zwölfte Ecke dann angeht, das wird ja sowieso irgendwo weggetüttelt. Also konstruktiv hier im Spiel haben wir die Jürtelzechsecke und jede Menge Tannebäume. So. Und letztendlich die Spielbretter, die Bienenwabe mäßig angeordnet sind. Wie man das gleich aufbaut, zeige ich euch. Und dann noch das Zählbrett. Und eben dieses Zählbrett hier kann ich bei der Punktzahl 51, das ist momentan so nach der aktuellen Spielregeln, da die Höchstpunktzahl, die zu reichen ist, und da kann ich hier das Ziel einstecken, wo ich dann tatsächlich auch hin muss. Von der Spielfarbe her haben wir Orange, könnte man sagen, für die Wölflinge. Das sind auch die Wölfe hier. Wir haben Blau, manche würde sagen Jungfahrtfinder. Kann man hier beim Feld, nee, halt, stopp, nicht dem Feld 1, sondern wir haben hier für die vier Fahne, für die, für der Stadt, haben wir tatsächlich hier vier Punkte noch drin. Wir haben dann Grün, fällt gerade aus, weil Grün haben wir ja schon das Spielfeld, aber wenn wir mal das nächste Farbe haben, haben wir dann Rot. Rot sind die Füchse hier, schöne kleine Füchse. Und Grau haben wir noch Eichhörnchen, habe ich erwähnt, dass Blau die Igel sind. Blau hier sind die Igel, schöne Sippetiere letztendlich. Das Spiel richtet sich ja mit seiner Spielidee, Jördebeuge zu bauen, tatsächlich auch an Pfadfinder. Von daher haben wir uns versucht, so ein bisschen an die Sippetiere, an die Stufefarbe von verschiedenen Verbänden zu orientieren. Also, Spielbrett haben wir bestückt. Ja, das Zählbrett haben wir bestückt. Die Jörde-Dächer nehmen wir jetzt einfach mal zur Seite. Und dann seht ihr hier, ich habe hier tatsächlich vier verschiedene Farben. Die müssen wir zusammensortieren, sodass man nachher halt jeder Spieler seine eigene Farbe dann auch kriegt. So, schieben wir hier auch mal ein Stück zur Seite. Und bei dem Spielbrett hier, ich komme jetzt dazu, wie man das aufbaut. Hier habe ich die Tannebäume und die Tannebäume, wo die hinkommen, erkenne ich hier an diese Löcher. Da kann ich die auch stecken. So ein Tannebaum ist übrigens auch einfach aus zwei Teilen zusammengebaut, die ich auch einfach hier zusammenstecken kann. Und dann habe ich dann Tannebäume. So, genau. Das habe ich für alle Sippe-Spielbretter. Die sind im Grunde gleich. Also die Anordnung der Bäume ist entsprechend. Aber ich habe natürlich die Möglichkeit, jedes Spielbrett unterschiedlich zusammenzulegen. Also ich kann mir diesen Spielplan tatsächlich etwas variieren, wenn ich hier den hier in der Mitte habe. Als Anfänger ist tatsächlich interessant hinzugehen und zu sagen, ich mache die Mehrheit der Bäume tatsächlich nach außen an der Rand des Spielbrettes. Dass ich die also mehr so nach außen tendiere, die Bäume zu legen. Dann habe ich in der Mitte ein bisschen mehr Spielfeld. Wenn ich jetzt, ich sage mal, mehr, mehr... Also je weiter ich diese Bäume nach innen drehe, umso mehr habe ich verbaute Ställe und ich kann gar nicht mehr so viel letztendlich an Jürdebeuge da drauf bauen. Es macht den Wettbewerb anstrengender, wenn ich die Bäume nach innen drehe. Für die erste Probe spiele würde ich tatsächlich gucken, dass ich außen bleibe mit den Bäumen. Und jetzt tun wir sie einfach mal alle Sippe hier zusammenstecken und die irgendwie hier einbaue. So, der vorletzte ist in sieben dieser Spielfelder dabei. Damit kann ich gut zu zweit, zu dritt und zu viert spielen. Zu zweit habe ich fast ein bisschen viel Platz. Da kann dann jeder doch eher so sein eigenes Ding machen. Für vier wird es dann schon eng. Da komme ich dann auch nicht mehr bis auf 51 Punkte hier. Also es ist fast nicht mehr zu schaffen. Da haben wir uns erstmal darauf geeinigt, dass einfach sobald 40 dieser Jürde-Dächer verbaut sind, dass das Spiel dann endet bei dem, der die höchste Punktzahl erreicht hat. Die Spielregeln gibt es übrigens zum Download. Die kann man sich tatsächlich, ich glaube, so rum ist schöner, hier angebaut. Das muss nicht angebaut sein, das kann auch hier einzeln liegen. So, da haben wir auch noch drei Bäume übrig. Die passen wir hier rein, damit es auch hübsch aussieht. Wunderbar. Dann haben wir die Lagerbaute. Die stellen wir uns einfach bereit. Die Türme. Da haben wir vier Stück. Um einen Turm zu bauen, brauche ich drei Stangehölzer. Dann habe ich die Lagertische. Um die Lagertische zu bauen, brauche ich drei Zeltbahnen. Ihr müsst euch vorstellen, einfach für die Überdachung der Tischfeuerstelle. Und dann habe ich vier Bannermaste. Da brauche ich vorwiegend Seile, um die zu bauen. Da brauche ich also drei Seile. Wie ich das alles kriege, das Spielmechanismus, das wollte ich euch hier noch gar nicht unbedingt zeigen. Dafür haben wir Spielregeln. Die sind auch jetzt noch nett. Der weisheitliche Schluss, also sie funktionieren. Vielleicht muss man in der Gewichtung noch ein bisschen arbeiten. Und dann kommen alle Ressourcen. Ressourcen sind eben Stange, Seile und Zeltbahne. Oder die Ereigniskarte. Das sind dann die Axt, das Fähnchen, die Taschelampe. Und was habe ich noch? Axt, Fähnchen, Taschelampe. Und die Orchidee noch. Genau, die Lilie. Die Lilie haben wir es genannt. Also die unter Pfaffenderkreis sind natürlich die Lilie viel ansprechender als eine Orchidee. Aber im Original war das Problem immer auf unsere großen Lagerplätze. Wenn irgendwo seltene Orchidee noch kartografiert waren, dann musste man diese Plätze tatsächlich sperren, sodass sie nicht für die Veranstaltung zur Verfügung standen. Das ist das kleine Randbemerkung. Wir machen alle Steine herein. Der wird gemischelt. Und nachher wird dann quasi blind gezogen, wenn ich mir da was rausziehe. So, das war das hier. Die Jürtel-Dächer legen wir uns auch ein paar bereit. Da haben wir quasi 60 Stück. Das sind mehr als genug, als dass ich hier unterbringen kann. Und dann braucht jeder Spieler seine Farbe letztendlich mit seinen Fähnchen. Und Materialkiste. Diese viereckigen Klötze hier, das sind Materialkiste. Und das sind die Spielfiguren. Da sind vier Stück im Spiel mit dabei, aber ich brauche erstmal nur eine pro Spieler. Das heißt, ich brauche einen Igel, brauche ein Eichhörnchen, brauche einen Wolf und der Fuchs. Und die entsprechende Fähnchen nachher und die Kisteplatte, die jeder dann für sich braucht. Und um den anfänglichen Aufbau fertig zu machen, darf sich jetzt jeder mit seiner Spielfigur auf diesen Platz gehen und darf sich quasi im Gelände aussuchen, was er gern bebauen würde. Und wie es halt so ist, wenn viele Gruppen auf ein großes Gelände kommen und es nicht weiter vorher verteilt ist, dann sucht sich natürlich jeder die Sahnetorte raus. Wir sind fair und offen gegenüber Jüngeren. Der Jüngste darf sich zuerst im Prinzip sagen, okay, ich will eher hier bauen. Dann kann der Nächste, sucht sich sein Gelände aus und so geht es einfach reihum, bis jeder gesagt hat, okay, hier will ich bauen. Und damit das alles noch spannend wird, gibt es noch diese Materialkiste hier. Eben auch in der Spielervarbe. Da gibt es bis zu vier Stück pro Spieler. Und damit kann ich jetzt weiter auf dem Gelände rumspringen und kann sagen, ich will jetzt aber noch Plätze für mich reservieren. Da, wo meine Materialkiste steht, da will ich später mal bauen. Oder da will ich zumindest, dass niemand anderes baut. Wenn ich mit vier Spieler spiele, dann kriegt jeder noch eine Kiste, die er platzieren darf. Weil sonst wird es echt zu eng auf dem Gelände. Wenn ich mit drei oder zwei Spieler spiele, dann habe ich mehr Kisten zur Verfügung. Bisher von der Regel her, also von der Prototyp-Regel her, habe ich bei zwei Spieler drei Kisten, bei drei Spieler habe ich zwei Kisten und bei vier Spielern habe ich eine Kiste zu platzieren. Und nachdem alle platziert haben, darf jetzt eben auch in der gleichen Reihe, folge geht es weiter, kann ich jetzt sagen, okay, ich will mir jetzt hier noch eine Kiste hinstellen. Der Blaue sagt gleich, okay, ich will hier vielleicht in die Richtung noch rüber. Rot reserviert sich hier noch einen Bereich. Und Grau geht gleich mal in Konkurrenz mit Orange und sagt, so, da will ich aber später hin. Soviel zu der generellen Bestandteile. Zum genaue Spielablauf, das erzähle ich vielleicht euch noch mal in einem anderen Video, aber einfach, um was es geht und wie ihr zu Punkte kommt, möchte ich euch noch kurz erklären. So kriegt einfach am Anfang aus diesem Beutel hier zieht sich jeder Spieler vier, also blind, vier von diesen Plättchen. Damit erhält er halt Ereigniskarte oder wertvolle Ressource, mit denen er dann im Spiel auch arbeiten kann. Die kann ich verdeckt vor mir halt oder ich kann sie offen vor mich hinlegen. Ersteres hat den Vorteil, dass die anderen nicht wissen, was ihr tut. Ansonsten, ja, lasst euch halt ein bisschen in die Karte gucken, aber man kann auch gerade am Anfang das auch gut einfach offen spielen, wenn ich es offen vor mir liege habe. Gespielte Ressource, komme hier auf einen Ablagestabel und wenn dieses Säckle leer ist, das heißt, man kann immer das rausziehen, was man rausziehen will, dann kommt der Ressourcestapel wieder rein, wird er frisch mischeln, dann ganz weiter gehen. Also, wir haben zwei Würfel, ich würfel hier mit zwei Würfeln und kann mich dann entscheiden, möchte ich eine Karte ziehen und drei Felder laufen oder möchte ich drei Felder laufen und eine, ein Plättchen ziehen. Gerade am Anfang macht es natürlich Sinn, ich kann mich hier auf engem Raum bewegen, ich habe Platz, das heißt, ich entscheide mich hier, diesen Würfel fürs Laufen zu nehmen und entsprechend dann drei Ressourceplättchen noch zu ziehen. Jetzt gucken wir mal, was der Wolf hier hat. Der hat ein Fähnle für den Bannerklau, der hat ziemlich viele Zeltbahnen und kann aber auch tatsächlich mit Stangeholz, Zeltplane und Seile kann er auch eine Jürde bauen, ein Jürdedach. Ich muss ein Feld fahren und da, wo ich hinfahre, da kann ich dann meine Jürde bauen. Sinnvollerweise markiere ich mir die mit einem Fähnle. Wunderbar, passt. Stehen wir noch hier. Die verbaute Plättchen kommen auf meinen Ablagestapel. Jetzt sehe ich hier, ich habe noch drei Zeltplane, ich könnte theoretisch auch noch eine Kochstelle bauen. Ich würde mich aber hier erst mal auf die Jürde daher konzentrieren. Wobei es in der Tat so ist, die erste Jürde gibt einen Punkt. Wenn ich jetzt eine Kochstelle baue würde und die irgendwo hinstelle, aber da ist eben noch nicht so ganz klar, wo macht die denn Sinn, dann würde ich hierfür gleich drei Punkte kriegen, weil ein Lagerbau, die gibt immer drei Punkte. Aber ich habe jetzt, wenn ich einfach weiter im Spiel baue, wenn ich eine Zweierjürde baue, kriege ich zwei Punkte. Beim nächsten Zug kriege ich drei Punkte, vier Punkte und so weiter und so fort. 5, 6, 7, 8. Ihr seht, Sippe passe nebeneinander. Das ist auch die Maximalgröße, die hier eine Jürde in Burg auf dem Gelände belegen darf. Aber ich habe die Möglichkeit, tatsächlich auch in der Mitte, wie so ein schöner Jürde-Dom, in die zweite Etage zu gehen. Das heißt, ich kann hier acht Jürde auf dieses Sippe-Felder verbaue. Wenn ich das Schritt für Schritt mache, dann habe ich in der Summe mit dieser Jürde-Bürg tatsächlich 36 Punkte erreicht. Wenn eure Gegner Jürde baue, die dürfe dann quasi um euch herum baue, aber sie dürfe nicht anbaue. Also das heißt, Jürde-Bürge dürfe sich nicht berühren. Da muss immer ein Feld zwischendrin frei sein. Auch zwischen eure eigenen. Also wenn ihr jetzt weiterbauen wollt, ihr könnt nicht hier weiterbauen. Das funktioniert nicht. Das ist quasi aus der Form raus dessen, was die größtmöglich hier oder haben darf. Aber ihr könnt dann halt dort entsprechend weiterbauen. Hier wäre zum Beispiel die graue Eichhörnchen. Und dort hattet ihr noch mal weitergebaut. Die anderen haben natürlich hier jetzt auch fleißig Jürde-Bürge stehen. Und spätestens, wenn jeder einen Dom hat, wird es eng. 36 Punkte, ihr merkt, es wird knapp. Dann wäre 32 Dächer verbaut. Dann habe ich noch ein paar Dächer, die ich noch unterbringe. Muss ich gucken, dass ich zu meinen Punkten dann auch komme. Und eben da macht es dann Sinn, auch zu gucken, weil ich darf letztendlich so einen Lagerturm, wenn jetzt grau den baut zum Beispiel, und ich sitze mit meinem Eichhörnchen hier, die darf ich jetzt auch zwischen die Jürde-Bürge bauen. Also da kann ich gute Lücke mitfüllen und dann drei Punkte pro Lagerbaute noch dazu bringen. Die Kiste kann ich bewegen, wenn ich in meiner Ressource so einen Kistekärtchen habe. Dadurch kann ich fremde Kisten auch auf dem Platz verschieben. Da kann ich sagen, ich rücke die einfach ganz woanders hin. Und im Spiel bin ich völlig frei. Blockiere quasi irgendwas anderes damit. Oder ich kann auch ohne Kisteblättchen meine eigene Kiste kann ich immer vom Spielfeld runternehmen. Nur wenn ich sie wieder ins Spiel bringen will, dann muss ich tatsächlich auch wieder ein Kisteblättchen spielen, wenn ich dann am Zug bin. Und so versucht ihr, große Jürde-Bürge zu bauen, dass ihr möglichst viele Punkte kriegt und auf eurer Zielskala, auf dem Zählbrettchen vorwärtskommt. Aber auch der andere, das alles so ein bisschen zu verbauen, dass die eben nicht gleichzeitig mit euch im Prinzip Schritt halten und erst am Schluss ganz knapp durchs Ziel durchgeht, sondern versucht, eure eigene Sache zu bauen. Aber auch der andere so ein bisschen die Felder streitig zu machen. Also man ist dann schon sehr in, gerade wenn man zu viert spielt, auch sehr in Konkurrenz mit anderen. Es gibt ein paar Spezialblättchen. Die eine hier, die Axt. Da darf ich tatsächlich mit dem Förster reden und sage, du pass auf, der Baum ist mir im Weg, darf ich den wegmachen. Und wenn ich dann die Axt spiele, darf ich tatsächlich auch einen Tannebaum aus dem Spiel nehmen und plötzlich habe ich wieder reichlich Platz für meine Jürdeburg dann. Es gibt aber auch, während die Kiste sich immer wandern dürfe, gibt es auch, finde ich das irgendwo, das brauchen wir nachher zum Erklären. Die Banner, die Banner, die Banner, die Banner haben wir hier, aber naja, es gibt noch die Taschellampe und es gibt noch die Lilie, die seltene Rarität, die Lilie, aber da sind nicht viel drin, das sind nur vier Stück pro Ereignis im Zementhalte. Ihr seht, das ist dann eher ein Glückstreffer. Hier habe ich die Lilie. Wenn ich die Lilie platziere, sage ich, okay, ich will nicht, dass die Blaue da bauen und ich kann die Lilie spielen, dann kann ich die direkt auf dem Spielplan auch einsetzen und die ist dann unverrückbar. Das ist ein Naturschutzgebiet und da kann ich nichts weiter rütteln im ganzen Spiel nicht. Also da kann ich, dass ich aufpasse, was ich da tue. Genau, dann habe ich dieses Bannerblättchen. Das Bannerblättchen geht tatsächlich, ich kann mir, wenn ich jetzt bei der Graue bin und ich spiele dieses Bannerblättchen, das ist quasi der nächtliche Bannerraub. Ich kann hingehen und kann einen Lagerbau übernehmen. Das heißt, ich stecke den einfach auf meine Fahne um, dann habe ich drei Punkte mehr oder ich kann mir quasi tatsächlich eine Jotterklaue bei jemand anderem und diese mit meinem eigenen Fahne-Label und dann beliebig um den Spielplan einsetze. Hier wird es jetzt dann einen Punkt geben, wenn ich sie her setze, wird es ja auch drei Punkte geben, weil ich dann eine Dreier-Ludder-Burg dann auch habe. Er hier verliert keine Punkte. Er verliert eine Jotter, er verliert keine Punkte, hat jetzt aber natürlich die Möglichkeit tatsächlich hier nochmal eine Acht daraus zu machen. Das heißt, es gäbe nochmal, also ich muss vorsichtig sein, was ich klaue und was ich nicht klaue, weil es gäbe nochmal acht Punkte dann tatsächlich. Okay, die genauen Spielregeln für diesen Prototyp hier, die sind relativ gut spielbar, also mit ein paar Eigenheide, je nachdem, in wie viel Spieler ich spiele. Bei zwei habe ich fast zu viel Platz, bei vier habe ich fast zu wenig Platz, aber das macht es dann auch spannender. Am Feinschliff müssen wir noch arbeiten, aber da freuen wir uns einfach auch, wenn ihr Lust habt, das auszuprobieren, und unsere Rückmeldung gebt, wie das Spiel bei euch funktioniert hat, welche Eigenheit ihr entdeckt habt und so wird sich dann im Laufe der nächsten Spiele diese Grundspielregeln, die wir jetzt haben, sicherlich auch nochmal ein bisschen anpassen, was das Ganze angeht. Die Prototype, bin ich jetzt dabei, ist ja einfach in kleiner Stückzahl auch zu produzieren. Wer Lust hat, probiert es aus. Es steckt ziemlich viel Arbeit drin, bis die ganze Sache gelasert und bunt und zusammengepackt und dann noch hier ein Säckle und dort ein Säckle und noch ein Karton außerherum. Ja, es mag auf den ersten Blick ein stolzer Preis sein, aber ich glaube, es ist auch einfach ein sehr schönes, detailliertes Spiel, was so schon gut funktioniert und was sich sicherlich auch mit den nächsten Spielen noch ein bisschen entwickeln wird. Das liegt dann auch mit an euch. Von daher möchte ich euch einladen, es einfach auszuprobieren und freue mich drauf, wenn ihr mir da einfach entsprechende Rückmeldungen gebt. Bis dann. Tschüss.